Ja, und dass wir da lernen, das zu übergeben. Das habe ich vorhin schon erwähnt, und diese Hingabe, dass wir das wieder lernen. Wir müssen nicht tun. Klar müssen wir uns den Lebensunterhalt irgendwie verdienen, in Anführungszeichen. Wir verdienen das. Aber wir dürfen das auch übergeben den Grossmüttern. Sie haben grosse Freude. Sie sind ganz strahlende Wesen, die glücklich sind, wenn du sie anrufst. Und dann quirlen sie da rund um mit ihren bunten Röcken um dich herum, energetisch natürlich, und haben Freude, dir zu dienen auch. Und das geht dann auch in unser Leben hinein, in mein Leben speziell, dass wir dann anfangen, ah ja, so funktioniert das. Ich darf einfach bitten, um etwas bitten, und ich muss nichts tun. So erfreut und so lebendig und so, ah ja, endlich, endlich, dafür dürfen wir dir dienen. Und das geht dann eben auch in das Leben in uns weiter. Wir dürfen dienen, damit andere auch dieses Licht und diese Lebendigkeit, diese Liebe in sich und dieses, dieses, ja, ich darf einfach sein, wie ich bin, leben dürfen.